Das Orgelporträt Die Österreich-Orgel in Rasdorf Das Orgelporträt Ist eine Gemeinde im Landkreis Fulda in Osthessen Seit 2015 trägt sie die offizielle Bezeichnung Point-Alpha-Gemeinde Denn während der Zeit der deutschen Teilung Befand sich in der Nähe des Ortes ein wichtiger Beobachtungsposten der US-Armee Der Ort liegt in einem weiten, offenen Gelände inmitten der Kuppenröhn Unmittelbar an der hessisch-thüringischen Landesgrenze im Biosphärenreservat Rhön Der Sachsen-Missionierung zur Zeit der Karolinger Verdanken das Kloster Fulda und das Nebenkloster Rasdorf seine Existenz Der Ort Rasdorf muss bereits vor 781 bestanden haben Ein Kloster als Nebenkloster von Fulda wird 815 erwähnt 977 wird das Rasdorfer Kloster in einen Kollegiatstift umgewandelt Rasdorf erlangte Bedeutung durch seine Lage an der historischen Handelsroute Frankfurt am Main Eisenach Leipzig Die Stiftskirche St. Johannes und Zezilia in Rasdorf gilt als eine der architektonisch bedeutsamsten Dorfkirchen in Hessen Sie entstand in ihrer heutigen Form ab 1274 Unter Beibehaltung des Grundrisses und unter Verwendung alter romanischer Bauteile Als nunmehr gotische Kirche Die Hauptattraktionen in der Kirche sind die Säulen Die das Hauptschiff und die zwei Seitenschiffe trennen Sowie zwei gedrungene Säulen mit Tierkapitälen Die vermutlich noch vom Gründungsbau des 9. Jahrhunderts stammen Der romanische Taufstein ist der älteste des gesamten Fuldaer Landes Für Orgelinteressierte kommt hinzu, dass sich in Rasdorf die älteste erhaltene Orgel der Orgelbauerfamilie Österreich befindet Sie wurde 1767 von Joost Österreich und seinem Sohn Johann Markus Österreich für die Stadtpfarrkirche in Fulda erbaut Seit 1837 steht das Instrument in Rasdorf Wir werden auf die Geschichte gleich noch näher eingehen Von 1801 bis 1837 amtierte an dieser Orgel Als sie noch in der Fuldaer Stadtpfarrkirche stand Der Fuldaer Stadt- und Domkantor Michael Henkel Sein Vorspiel D-Dur hat das Orgelporträt eröffnet Und in vier weiteren kleinen Orgelstücken Henkels Sollen nun einige der zahlreichen Klangfarben seiner Orgel, die heute in Rasdorf steht, erklingen Amen Und in die Ferit die ganze Zeit los war der Zahnarke in Rufe die Stadtpfarrkirchen Und in der Kirche in Rufe der Nase herrschen Jetzt weniger die Männer, die heute in Rufe die Stadtpfarrkirchen von Gott, die Kirche in Rufe die Stadtpfarrkirche stand Und in der Kirche in Rufe die Stadtpfarrkirche stand Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Geschichte der über fünf Generationen hinweg im Fulda-Land tätigen Orgelbauerfamilie Österreich beginnt mit Joost Österreich. Er wurde 1715 geboren und erlernte den Orgelbau möglicherweise bei Johannes Bien in Blankenau. Gesichert ist dies allerdings nicht. Er errichtete seine Werkstatt in Oberbimbach bei Fulda und taucht erstmals 1745 bei einer Orgelreparatur in großen Taft auf. 1754 bis 1755 erbaute er so dann eine Orgel für die Stadtkirche in Lauterbach und erarbeitete in den Folgejahren an verschiedenen Orgeln im Fulda-Land. Nach weiteren Orgelneubauten in Dietershausen 1760 und Ilbeshausen 1766, alle die bisher genannten Instrumente sind nicht erhalten, schuf Joost Österreich 1767 sein bedeutendstes Werk für die Stadtpfarrkirche in Fulda. Sie bekam 19 Register auf zwei Manualen und Pedal und kostete 500 Gulden nebst der alten Orgel. Bei diesem Orgelbau arbeitete erstmals auch Johann Markus Österreich, der 1737 geborene Sohn von Joost Österreich, mit. Er wird in der zweiten Generation die Orgelbauerfamilie aus Oberbimbach zu ihrer größten Blüte führen. 1770, nur drei Jahre nach dem Orgelneubau, begann man mit der spätbarocken Vergrößerung der Stadtpfarrkirche, die sich bis 1786 hinzog. Die fast neuwertige Orgel kam in der erweiterten Kirche so dann wieder zur Aufstellung, war jedoch für den deutlich größeren Kirchenraum nun zu klein. 1801 übernahm Michael Henkel das Organistenamt an dieser Orgel und bemühte sich in der Folgezeit immer wieder um einen Orgelneubau. Doch erst Mitte der 1830er Jahre hatten seine unablässigen Bemühungen Erfolg und nach einer ausgedehnten Orgelreise ins Sächsische erhielt Georg Franz Ratzmann aus Ordruf den Auftrag für einen Orgelneubau nach Henkels Plänen in der Stadtpfarrkirche, der 1837 vollendet wurde. Die alte Österreich-Orgel wurde für 800 Gulden nach Rasdorf verkauft und von Ratzmann leicht verändert aufgestellt. In den folgenden Jahrzehnten blieb die Orgel weitgehend unangetastet. Erst kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 erfolgte eine, wie es hieß, Erneuerung der technischen Anlage durch den Fuldaer Orgelbauer Albarn Späth. Bei diesem Umbau wurde zum einen die Disposition leicht im damaligen Sinne barockisiert, leider aber auch fast die gesamte Traktur komplett neu hergestellt und auch ein neuer Spielschrank eingebaut. Nach einer ersten Restaurierung in den 1980er Jahren durch Klaus Gabriel aus Petersberg erfolgte 2005 eine Sicherung und Dokumentation des historischen Pfeifenbestandes durch die Firma Hoffmann aus Ostheim vor der Rhön. Dabei stellte sich heraus, dass im Hauptwerk rund 75% und im Oberwerk immerhin noch 40% der Pfeifen von Österreich stammen, während sich im Pedal keine originalen Pfeifen mehr befinden. Hören wir den vokalen, italienisch anmutenden Klang des Hauptwerks in einem Ricciacar von Giovanni Pierluigi da Palestrina. Und im Winteren... Deiner kommenden Klang des Hauptwerks in einem Audio masteredtäuschen character! Amen. 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 Die 1767 von Joost und Johann Markus Österreich erbaute Orgel, die heute in der altehrwürdigen Stiftskirche zu Rasdorf steht, besitzt 19 Register auf zwei Manualen und Pedal. Der ungewöhnliche Tonumfang vom Ton Groß C bis zum zweigestrichenen H in den beiden Manualwerken geht darauf zurück, dass man den ursprünglich fehlenden Ton Groß Cis später einfach durch Nachrücken des Pfeifenwerks ergänzte. Das Hauptwerk ist mit zehn Stimmen besetzt und entspricht in der Disposition weitgehend dem Original. Wir finden hier Prinzipal, Quintertön, Gamba und Flöte 8 Fuß, die Oktaven 4 und 2 Fuß, nebst den Quinten 2 2 Drittel und 1 1 Drittel Fuß, begrünt von einer fünffachen terzhaltigen Mixtur und einer zweifachen Zimbel. Diese doppelte Klangspitze mit Terzmixtur und Zimbel ist typisch für die Österreich-Werkstatt und wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein bei fast allen Instrumenten so gebaut. Das Nebenwerk besitzt heute die Stimmen Gedakt 8 Fuß, Gemshorn und Rohrflöte 4 Fuß, einen Prinzipal 2 Fuß sowie einen Terzian 2 Fach. Das Pedal, das seit 1950 bis zum eingestrichenen D ausgebaut ist, verfügt schließlich über die Stimmen Subbass und Violon 16 Fuß sowie Prinzipalbass 8 Fuß und Choralbass 4 Fuß. Die Orgel ist seit der letzten Instandsetzung in technisch einwandfreiem Zustand und besitzt einen schönen, runden Klang, der durch die überaus gute Akustik in dem frühgotischen Kirchenraum sehr gut zur Geltung kommt. Dennoch stellt sich die Frage, ob man angesichts des umfangreichen historischen Pfeifenbestandes, der teilweise erhaltenen Manualwindladen und des erhaltenen Gehäuses nicht mittelfristig eine Restaurierung des Instruments mit dem Ziel der Rückführung auf den Erbauungszustand erwägen sollte. Der großartige, geschichteatmende Kirchenraum würde durch die Wiederherstellung des historischen Klangbildes der Orgel sicher sehr gewinnen. Die Orgel ist in der letzten Instandsetzung einig. Die Orgel ist in der letzten Instandsetzung einig. Das ist in der letzten Instandsetzung einig. Amen. Amen.